Hallo, hier geht es darum, dass Sie für heute beschließen, dass dies der schönste Tag Ihres Lebens wird. Vielleicht finden Sie, das ist jetzt ein bisschen dick aufgetragen. Sie sind froh, wenn Sie den Tag überhaupt überstehen. Aber trotzdem ist es nötig, dass Sie es genau so formulieren. Heute wird der schönste Tag meines Lebens, weil Sie auf diese Weise nämlich Ihr Gehirn aktivieren. Und das kennt dann, was für Sie besonders schön und gut ist und sich dann auf diesen Tag auswirkt. Und so haben Sie dann am Ende vielleicht nicht den allerschönsten Tag Ihres Lebens, aber doch einen schöneren Tag als normalerweise. Also probieren Sie es mal aus. Heute ist der schönste Tag Ihres Lebens. In diesem Sinne.